Ob ich für den Cookies bla 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 zustimmen Willkommen Was hab ich Sound Okay Willkommen Was geht ab Eine kleine Runde The Finals Hier auf Steam Und auch auf YouTube Weil wir wollen den ganzen Spaß natürlich auch rüber mitnehmen Auf unseren Hauptkanal Auf YouTube Ossi Gold Let's Play Und ja Schaut mal rein Auf den Kanal Ist so einiges Und ja Ich hatte vor einer ganzen Weile mal The Finals angespielt Da hab ich auch das Tutorial gespielt Und Den ganzen Spaß Ist jetzt aber schon eine ganze Weile her Deswegen werd ich mich da jetzt mal Einfach so quasi jungfräulich rein Stürzen Und ich sag mal Einfach schnelles Spiel Ja Geldregen Blinkert halt so schön bunt Aber war das nicht zu viel Wie gesagt Das Spiel ist eine Weile her Wo ich da Allein das Tutorial gespielt hab Jetzt muss ich den Spaß nochmal nachholen So Ich weiß gar nicht wie das Spiel derzeit bei den Leuten überhaupt ankommt Aber ich fand's halt Ja Es war okay So So als Battle Royale Spiel Hat er so ein paar neue Geschichten dabei Auch so vom Movement her Deswegen Kicken wir mal Wie war denn die Steuerung hier Dann müssen wir mal rein Dann müssen wir uns reinfitzen Mach mal hier Junge Leute Bitte Was hast du für Leute Zeiten Ich denke aus der Mangelung an Ahnung Lassen wir alles so Wir sind die Retros Nein wir sind die Big Splash Big Splash Ab geht's Budi Mach ich denn das ja Ey 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 ist das Der Moment der Zählt Jetzt bin ich hier und Okay Hat mir schon mal viel gebracht Jetzt bin ich hier und ich hab keine Ahnung was ich da tue Okay Oh 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 Ja 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 Oh 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 Das ist schlecht. Mach mal hin hier, Junge. Okay, also nicht mehr so lange hin und her erobern, sondern direkt an die Front. So, ran an den Speck. So was für ein Möp. Das war das M-Menü. Hervorragend. Hervorragend. There's a deposit. Every trickle of coins pushes the mighty forward. There's a new vault to fight for in the arena. There's a new vault to fight for in the arena. Ran an den Speck. Nein, Mama. Hold on folks, a contestant from the high notes is a walking guard mine. It's either bank or bus for them now. Ja, ja, ist alles klar. Lass mich respawnen. Kollege. Das ist aber auch eine kompliziertere Map, als wir sonst tauchen. Also, zumindest wird er wieder hoch. Alter. Er kennt ihn überhaupt nicht. Er geht durch die Wand. Er geht komplett steil. Okay. Da müssen wir nicht an irgendein komischem Dingstab irgendwas erobern. Ich hab's versucht, was wir zu erleben, aber es hat nicht funktioniert, Mama. Wir sind auch mal was erobern hier. Wir können da nicht nur rumpallern. Hallo. Hallo. Ja, springt halt wie so ein Bugsbein durch die Gegend. Ja, ja, ist klar. Kollege. Ich muss mir das krasse Movement vielleicht nochmal das Tutorial spielen. Ich hab' diesen Deckel erklärt. Wie gehts jetzt? Ich weiße, da müssen wir uns stehen. Das ist jetzt. Das ist auch manager. Kommt bei uns. Wauw sind beim Et coeur her. Wir kommen wohl mal Unit galaxy her. Das Helliothe. Wir gehen jetzt nicht auf. Ich hab' diesen classe Ah, fuck um, yo, ey. Ich möchte nicht behaupten, dass ich alles verstehe, was hier abgeht. Das ist überhaupt nicht meine Intention, weil das tue ich nicht. Wir gehen zu A oder was? Was ist denn jetzt eigentlich so das Ziel? A new vault just appeared. Let's see who grabs that cash. A contestant with a lot of coins just became a lot less liquid. They've been eliminated. Juhu, ich habe Geld gemacht. Juhu. Was geht ab? Was ist der erste, der gerade Geld gemacht hat für unser Team oder was? Bin ich der Einzige, der es komplett versteht dieses Spiel? Weil wir verstehen es eigentlich überhaupt nicht. 4. Platz. Das ist gut, oder? So. So, jetzt muss ich trotzdem mal ganz kurz hier reingucken. Äh, vorher passen wir in New. I want to offer from New. On behalf of our Sponsors, thanks for tuning in. Aha. Ja, großartiges Angebot. Danke sehr. Nein. Also im Chat gerade. Keine Ahnung, was das sollte. Ok. Wir machen erneut Spielen. Ab geht's. Warum hier ewig großartig rumobern. Es kann nur besser werden. Es kann nur besser werden. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Na ja, genau. Ich habe voll Ordnung. Ich habe bloß alles so, wie es ist. Wir sind der Mighty. Wooo. Alter, wir sind Bobby Lashley. Hey, the Mighty. Warum keine Dinge tun, die er gerade getan hat? Mit irgendeinem Grappling Hood. Ich komme mit. Es ist doch hier unter uns. Wie komme ich denn jetzt hier runter? Leko Mio. Was tue ich hier? Woohoo. Moment, was ist das? Alter. Da war ein Junge. Ja, genau. Zwei habe ich irgendwann rausgenommen. Ja, komm. Gib mir Respawn. So, Rennensalot. Äh, wo bin ich? Ich muss auf jeden Fall mein Movement verbessern. Da manche sind ja übelst am Upjumpen zum Sohnrödel. Und ich renne hier eigentlich durch die Gänge und habe keine Ahnung, wo Gegner sind. Besuch. Alter, Cash. Cash in the cash, Junge. Ich habe das Spiel voll drauf. What the fuck? Ja, genau. Wir sind der Mighty. Wir sind der Mighty Werft bei uns! Jungs! Wuhuhuhu! Megaschaden steht an. Ich hab wohl keine Ahnung, wie das alles hier geht. Aber bitte durch die Gegend spacken. Geht immer. Megaschaden, da seh ich mich! Erstmal nach oben! Megaschaden, Junge! Teufel, sich weg! Wo ist denn das jetzt hier? Hat er gerade ihren Umgeben-Chat an oder was? Hallo! Schnau... Schnau... Ruhe! Oh, ich kann eine Korokka noch Beda-Teta hier auf! Oh! Ich kann eine Korokka noch Beda-Teta hier auf! Oh, ich kann eine Korokka noch Beda-Teta hier auf! Das ist ja! Ich kann zwei Korokka noch Beda-Teta! Ein Mitglied der Steroos ist der Contestant, zu chancen. Mit all diesen Koinen, sie sind ein Traum-Target! Wo muss ich denn hin? Hallo? Ich muss hier hoch. Aber wie? Ich weiß nicht. Und ein Setback für die Steamrollers. Hat er ja noch richtig übelst dir sein... ...Mikro an oder was? Ich höre überall durch Steps, eh. Oh, ein neue Vault! Ah, zweiter Platz, okay. Puh! Na ja, okay, okay, okay. Ich war lange Zeit ein blödes Rumgerenne. Ja, ich bin sehr wohl. Was labert der? Ja, wir schauen mal, ob wir... Wenn die Coins get tough, die Tough Shells get coins. What a win! On behalf of our Sponsors, thanks for tuning in. Und das ist ein Ratsch. Another broadcast and another message from CNS. So. Rauchende Colts. Wir machen bald den Spaß hier. Keine Ahnung, was rauchende Colts bedeutet. Aber, let's do it. Aber, let's do it. Da... Alter, ich bin voll der Krasse. Schroetzlinden-Typ mit abgesägten Schrotze. Ich hab keine Ahnung, ob das cool ist, die Knochen. Was ist das für ein Modus? Let's try it. Alter, was sind die Powerhouses? Was ist das? Was ist das für eine Knochen? Okay. Okay. Die Arena ist in perfektem Kondition, um das Spiel zu starten. Ich wüsste, dass es so lange bleibt. Was ist das für lange? In 60? Da musst du irgendwo noch eine... ...eine Option geben, hochzukommen, oder? Das ist unsere erste Elimination. Unsere Kontestanten bedeuten heute, Scotty. Das Warm-up ist definitiv vorbei. Muss ich echt durchs Haus gehen? Das ist aber echt schlecht. Da hab ich gar keinen Bock zu. Gibt's hier denn nicht hier draußen keinen Aufzug? Hallo! Hallo! Was ist denn da drüber, oder? Das ist ja auch Quark. Hallo! ... und push for cash out, eh? Absolut! Richtig schön bis nach oben. Hier mit meiner Schrotz jetzt Sniper spielen, oder wat? Nein! Ich könnt' nicht weit springen. Ich könnt' eigentlich gar nicht springen. Ich könnt' eigentlich gar nicht springen. Das ist schlecht. Das ist ein bisschen lost, was ich grad tue. Hallo? Wo ist er, sie erst hin? Die Knochen ist ab, oh kacke, ey. Kann ich nicht die umwechseln? Okay. Ich schrotze hier. Ich schrotze hier. Was will ich denn damit? Wie mach' ich denn das jetzt nicht hier? Hallo? Hallo? Ne! Ja! Ne, ist okay. Was hab' ich denn jetzt nicht hier? Ja, okay. Okay. Das war eigentlich gar nicht so geplant, aber ich hab' nicht gewusst, was ich tue. Also ist es okay, was ich getan habe. Wuhu, leider. Jetzt kann ich mir zumindest einen Highground hier suchen. Wuhu, leider. Wuhu, leider. Team wipe calamity for the big splash. They'll need to wash away the mistakes they made there. That's a total wipe out. The big splash are back in play. The big splash are back in play. Man, it's not so great. Du brauchst halt irgendwie eine... eine MG oder irgendeine Automatik-Knifte, ey. Das ist halt eher so... meh. Muss ich eigentlich nur mal wechseln, die ganze Scheiße. Die Ultra-Rares sind in Vault 3. Ne, das war falsch. Ja, das bin ich. Ich weiß aber nicht, was ich tun soll! Gib mir die Cash! Und muss ich das Muster irgendwo... Gibt es das hier irgend so ein... so ein Ding, wo ich das Ding hier... ...cash-outen muss? Die großen Splash sind re-engaging! Hallo? Nee! Hab ich schon was getan, oder nicht? Ich hab keine Ahnung! Alter, dann hab ich richtig geheadet! Dann hab ich auch geheadet! Junge, was ist... Die ist ja One-Shot, die Knifte! Nein, Mama! Ich wollte es klauen! Ja, versuch was wert! Ich hab nicht gewusst, was ich tue, aber... ...und versuch was wert! What the fuck! Aber ich mach trotzdem mal, äh... Warte mal, das hier... Öff, das... Ne, warte mal, das... Na, nee! Hey! Das anders hab ich halt auch nicht! Ist auf jeden Fall besser als die Schrotze, ey! Die Schrotze war ja richtig kacke! Nimm dich aus! Sch Oh Gott, Entschuldigung? Ich entschuldige mich, Mama. Herrlich. Halt doch, what the fuck. Haha, leck mich am Arsch. Ja, das ist aber wohl mit der Knochen hier. Echt kacke. Nee, das ist waffentechnisch. Ich weiß nicht, die anderen haben wahrscheinlich schon ein bisschen was geteckt. Und du mal, der rennt ja hier mit ner übelsten Kniffs durch die Gegend. Ich brauch die Schrottse nicht spielen, das macht keinen Sinn. Das ist... Die ist schlimmer als alles. Nee. Ja, dann spielen wir halt diesen Modus halt nicht nochmal. Das ist... Aber jetzt nicht so die Jelle vom Deck, weil Waffenauswahl ist nicht so die Ware. Das ist der letzte Whistle und das Resultat ist in. Und jetzt befreitern wir als ein Team von Contestanten. Es wird ein Gruppe von rising stars. Thanks again to our sponsors and to our viewers at home. Er kommt überspringen den Spaß. Alles cool. Wir spielen nochmal schnelles Spiel. Schnelles Cash. Für uns hat man Geld regnet. Wir probieren nochmal schnelles Cash. Alles cool. Was war das? Yo, yo, mama. Schnelles Cash. Alters wie im Real Life. Schnelles Cash. Zick, zack, rein, raus, reich. Easy peasy Nice Ja, ja, AK AK ist cool Die ist halt wirklich nicht verkehrt, die Knoche Keine Knoche Der High Notes, alter Der Dicke, der Lässt mich über das Muskeln spielen Hallo, 2S Get ready for mayhem in the way of moving Monaco Bienvenue dans les rues magnifiques de Monaco Oh, das ist ja noch nicht Oh, das ist ja noch nicht Oh, das ist ja noch nicht Oh, nee! Mach mich nicht fertig, ey! What the know, wo, warum? Alter, deutsch, schlecht. What the know, wo, warum? Alter. Genau. Muss ja einfach mal schlecht schießen, oder? Einfach mal kacke schießen. Wiederbeleben von oben. Ich komme mich da irgendwie leicht hoch. Alter, ich regel. Ja, genau. Ich bin ihm einfach an die scheiß Leiter daher gehuppt. Hätte ich da auch immer ein Klee bitte, naja, okay. Alles gut. Ich hätte einfach nur beschießen brauchen. Warte, ich huppe aber einfach hinterher, Alter. Ich meine Leiter. Aber war nicht meine Leiter. Hey, warum? Hallo? Nee! Warum tust du es? Tschüss. Alter, bester Move ever. Das war die beste, das war der beste Respawn, den es gibt. Alter, was ist mit ihm? Das sieht komplett aus. So, jetzt aber. Wir sehen uns, dass wir die Schocken und Awe haben. Wir sehen, ob sie das Momentum machen können. Die Schocken und Awe werden versuchen wieder zu versuchen. Team Wiped. Das wahrscheinlich schickte sie ein bisschen. Das war die Schocken und Awe werden wieder in den Karten. Das war die Schocken und Awe werden wieder in den Karten. Das war die Schocken und Awe werden wieder in den Karten. Aber wir müssen ja auch mal was tun hier für ein Tresor. Alter, ja genau von allen Seiten, Junge. Gäbt's mir. Ey, meine Güte. Aber ich weiß auch, ich muss alleine vorrennen. Ist halt doch nicht so unbedingt die Yellow from the Egg als Taktik. Alter, ich hab ne Barricade. Das ist wie Barricade. Das ist... Ja, Mama! Oh! Hä? Ach, das ist ein Cashout. Ich voll honk. Das ist ein Cashout. Ich bobble. Das ist schon derb unübersichtlich. Alter, er ballert einfach den Typen die Rakete ins Gesicht. Das ist ein Cashout. Das ist ein Cashout. Das ist ein Cashout. Das muss ich, ähm, Meter machen in der Runde. Alles ganz schöne Garnies. Muss man mal sagen. Ja, ja, ich will das stehlen. Alles cool. Aber ich bin an der falschen Ecke, um das zu stehlen. Das schaffe ich halt nicht. Da kannst du halt nicht abhuppen. Hier musst du hoch, oder was? What the fuck? Das ist ein Game-Changer. Ach, das ist kein Aufzug, oder was? Ne, das ist kein Aufzug. Das hat mich leicht verwirrt. Waren denn hier keine Aufzüge mehr, oder was? Keine Seile. Hallo? Hallo? Das war nix, Junge. Ja, fast, Junge. Fast hab ich dich gehabt, ey. Er rutscht halt wie so ein Gummibärchen durch die Gegend, wobei, die springen durch die Gegend. Aber egal, er rutscht wie ein Gummibärchen. Wobei, ich denke, vom Movement her könnte ich bestimmt noch einiges besser machen. Es ist ich, danke sehr. Alter, was geht hier ab? Ja, wenn's aber von allen Seiten um die Fresse kippt, oder was, ey? Wie will ich denn dann machen? Da wurde der volle Möhren-Sandwich genommen. Mir geht es nicht so gut, Mama. Alter, ich hab ihn halt einfach nicht bekommen. Was war mit ihm? Ist er Chuck Norris, oder was? Er randet doch auf mich zu, und ich hab einfach auf ihn drauf geballert. Warum hat das nicht für sein Ableben gesorgt? Ich hab keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung. Ja, gut. 2. Platz, Maman! Ich hatte voll die Ahnung von dem, was ich tue. Ich habe genau gewusst, was ich mache. Das Ziel habe ich halt nicht so richtig gemacht, ja. Eliminierung, okay, ja, 6, 7, 8, naja, wir müssen ein bisschen länger reingucken in die Statistik. Von den Punkten her, ja, keine Ahnung. So, das soll es eigentlich auch schon gewesen sein. Kleine Runde, äh, The Finals. Ähm, es ist ein kurzweiliges Spiel, relativ viel Action und, ja, die Runden sind echt kurzweilig. Ähm, ja, haben wir ja mal rausgehauen über Steam, hauen das auch noch raus über YouTube. Äh, hauptsächlich, weil natürlich komischerweise mein Aufnahmeprogramm nicht so, äh, freundlich ist mit The Finals. Egal, war eine coole, kleine Runde. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ähm, mal schauen, ob es denn angespielt bleibt oder ob wir da auch mal etwas mehr rein investieren an Zeit in dieses Spiel. Ich meine, Potenzial hat es, es macht auf jeden Fall Spaß, es ist wirklich actionlastig, aber halt auch relativ unübersichtlich. Wir schauen mal rein, Leute. Haut es in die Kommentare, ob es euch gefällt oder nicht. Und, ähm, ja, liken, teilen, abonnieren, kommentieren, äh, 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 transportieren und subtrahieren. Und, ja, ne? Tschö mit euch.